Ich bin Markus Belasch, Geschäftsführer der Firma Rabe und wir stellen unter anderem auch Meradich-Produkte her. Mein Großvater hat nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen Meradich zu verarbeiten. Insgesamt stellen wir Meradich-Produkte ungefähr zwölf Sorten her. Der Renner ist der Sahne-Meradich, der pure Meradich, der frisch geriebene und auch der Tafel-Meradich. Wir kriegen den Meradich im Herbst und im Frühjahr frisch vom Feld. Die Bauern ernten den Meradich, liefern den bei uns an. Dort wird er in Kühlzellen eingefroren und zwischengelagert und dann nach Bedarf immer frisch verarbeitet. Der Meradich braucht einmal Frost, damit sich die Enzyme inaktiviert werden und der im Endprodukt keinen bitteren Beigeschmack verursacht.